Trauer. Angst. Verzweiflung. Schmerz. Wenn ihr das hört, wisst ihr, dass es wieder an der Zeit ist für Darkest Dungeon. Besser wird's nicht. Also zweimal, nur zweimal, nicht dreimal, oder? Müssen jetzt gleich vorher noch Kultisten bekämpfen. Let's do this. Let's do this. Okay, die anderen heilen sich auch hoch. Er hat leider nicht. Die anderen kommen noch mal hoch. Oder? 18? 21 zu 21. Let's go. Kann man auch nicht kämpfen? Sehr gut. Aber klar, dass es wieder ein dicker wird. Last der Welten? Ne. Ist das das, wo er so tanky wird? Nur von Nahkampffähigkeiten kriegt er so wenig Schaden. Aber unsere Damage-Steele sind halt bei, äh, sind halt alle Nahkampff. Okay. Weaken them, that another may finish the work. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Oh. A slow dissection. An unavoidable end. Oh, das wird jetzt so wenig Schaden machen. Oh, er darf's nicht, weil er unsichtbar ist. Scheiße. Scheiße. Er ist schon wieder unsichtbar. Ich raste aus. Aus. Nein, er ist noch nicht tot. Nee, lass mal. Okay. Okay. So, zwei Schaden. Die ganze Zeit dagegen, wie das steht. Ey, wie frech. Oh. Oh, wir brauchen unbedingt. Antistress. Antistress. Okay. Yes. Sehr gut. Okay. Horrorpost Nummer 1 geschafft. Kommt leider noch mindestens einer. Okay. Gucken wir mal. Dann. Einmal Laudanum nehmen. Dann haben wir mal noch so eine Bombe hier. Noch einer. Ich gues. Letzt 3. Oh, hier ist direkt das nächste. Alter, amazing. Gimme the buffs. Oh, nein. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was der macht. Aber er sieht böse aus. Oh, die haben alle widerstanden. Das ist hardcore tiltend. Ah. Okay. Okay. An unavoidable end. Oh, der durfte nicht gegenschlagen. Hmm. Haha. Das war's. Oha! That's a lot of damage. Als ob der jetzt direkt nochmal dran ist. Der geht wieder auf ihn. Okay. Oha! 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 Muss halt langsamer fallen, der Dude. Echt ne Schweinerei, dass wir jetzt mit so viel Stress noch reingehen müssen in den Berg. Nein! Ich dachte, der dürfte nochmal. Oha! Oha! So viel Stress! Kommt noch eins? Nee, oder? Eigentlich kommt es nur noch der Berg, oder? Weil da oben noch ein Ding halt ist. Ah, Gott, Leute. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Let's try it! Jetzt darf ich nicht heilen. So, jetzt lass mich mal angucken. Das hat die wenigsten Resistenzen. Ich bin immer so versucht, auf die hinteren Schlösser zu gehen. Okay. Okay. Ich glaube, wir machen es, weil wir diese Runde dürfen was machen. Es wird ja Runden geben, wo wir es nicht machen dürfen, deswegen. Okay. Okay. Das hier hat relativ viel Anti-Zeug drauf. Oh, dass er gestunnt ist, ist scheiße. Okay. Wir müssen ja auch unbedingt noch Gehalt kriegen. Nächste Runde dann. Okay. Wir dürfen keine Fernangriffe machen. Guter Moment, um zu heilen. Das ist eigentlich ein bisschen verschwendet. Aber müssen wir machen. Sonst kriegen wir nur Stress. Das sind so viele HP einfach. Oh, weil es geht 90. Es kommt mir viel mehr vor. Bisschen selbst heilen, würde ich sagen. Und mehr Stacks. Widerstanden. Schade. Oh, das ist viel Schaden. Oh, der verliert aber gut. Dürfen wir da nicht heilen. Alright. Wir nehmen wir als nächstes raus, ist die Frage. An den hinten kommen wir nicht gut ran. Also wahrscheinlich den eher. Oh, wieder. Oh, hat gegen beides. Das ist shit. Ah, der hat so hohe Resistenz. Das hätten wir auch nicht machen sollen. Noch hier dran, würde ich sagen. So, wir dürfen nicht heilen, ne? Okay. Okay. Das ist quasi weg. Das wäre schön, wenn ich nächste Runde mal heilen dürfte. Tatsächlich. Okay. Ich meine, das wäre eh verreckt. Wahrscheinlich war es ein bisschen gewastet. Okay. Wir dürfen aber gleich heilen. Oh Gott, ich bin so dumm. Oh Gott, das. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich habe nicht gesehen. Oh, ich habe verprallt, dass er in der Schule ist. Ich bin so ein dummes Stück. Oh mein Gott. Wie konnte ich ihn heilen? Oh Gott. Es darf nicht geheilt werden. Oh je. Oh, ich bin so dumm. Aber ich kann mich selbst heilen. Oder? Kombo? Kombo? Warum? Ach, weil deswegen auch. Scheiße. Ach, 90, 56, 30. Der erste ist hier eigentlich. Eigentlich müssen wir den nehmen. Nicht heilen dürfen. Er hat keine Giftresi. Hauf da. Er hat keine Giftresistenz. Als ob. Er hat keine Giftresistenz. Oh Gott, wir müssen beten, dass er nicht angegriffen wird. Okay. Wir sind eh fucked. Mann, wir sind so nah dran, Leute. Diesmal. Ich bin eigentlich selbst die Wichtigste. Oh. Na ja. 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 Und ich darf hier nicht mal angreifen. Oh Gott, it's going down. Oh, er trotzt so, so stark, aber. Jetzt darf ich schon wieder nicht heilen. Es ist wirklich. Als ob er widersteht, Mann. Wobei, okay, bei ihm kann ich es halt verstehen. Aber er hat keine Giftresistenz. Wenn er da jetzt widersteht, dann ist das gescriptet. Oh Gott, wir brauchen Blutung drauf. Let's go. Gib mir den Dot. Oh Gott. Ich denke mal, wir sind schon so nah dran, aber die haben alle noch so scheiße viel HP. So, er verreckt jetzt auf jeden Fall nächste Runde. Oh, er hat noch so viel. Oh. Oh Gott. Was wird verweigert? Reichweiter. Bitte keine zwei Leute targeten. Oh Gott. Da ist er. Oh Gott. Ja, ich bin sehr exhausted. Ich bin pretty much exhausted. Aua! Meh. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Und sowas passiert nur off-stream, ich sag's euch. Boah, das sind viele Kerzen. Hoi, oi, 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 oi. Oh Gott. 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 Vielen Dank.